das ist die haupt von der 9 prozent THC das waren nicht alle Töpfchen testbar, hier sind die Töpfchen das Blatt versteckt sich einst runter so ein Töpfchen habe ich getestet und hat ihn gehalten an die Zerchierswohnung und Garnabischwanz aufgefropft in den Hopfen rein da seht ihr die Verwachsensstelle hier auf jeden Fall hat der 9 prozent THC dann steckt man den mit an einfachen grüner Hopfen